Anywhere you go, anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Damit würde ich sagen hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Vlog. Ich sitze gerade im Taxi und es geht gerade den Bauernhof von Unge hoch. Ich werde euch mit Vlogs versorgen von Madeira. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf einen Kommentar und würde sagen, ab geht's. Ich bin jetzt im Hotelzimmer angekommen. Ich bin Fünfter geworden im Fortnite-Turnier mit Danny zusammen. Wir waren kurzzeitig auf dem Ersten. Jetzt wird noch ein bisschen was gegessen. Chillen wir und wir hören uns morgen. Guten Morgen. Jetzt zeige ich euch mal kurz das Zimmer. Das Zimmer haben wir geschenkt bekommen, das Upgrade. Die Zimmerkategorie, die ihr gebucht habt, gibt es nicht. Dann dachte ich, okay, was jetzt? Und da haben die gesagt, ja, dafür schenken wir euch ein Upgrade vom Zimmer. Dusche, Badehörner, Klo, Hocker, Bettchen. Unaufgeräumt. So Wohnzimmermäßig. Fernseher. Und das ist halt jetzt das Geldste. Das ist der Pool. Und jetzt gebt euch das. Da fängt die Terrasse an. Das ist Madeira. Also Funchal. So die City. So mäßig. Wundervoll. Wunderschön. Jetzt geht es runter. Das ist das Erdgeschoss quasi. Ich sehe jetzt gerade so die Treppe, wie es runter geht. Und so was feiere ich richtig. Essen, chillen und nebenan gibt es einfach Livemusik. Ich muss auch sagen, dass der Schlagzeuger sehr motiviert aussieht von hier. Ja, ich glaube, die wird es sein. So, hier kam jetzt gerade eine Limonade mit Mango Passionsfrucht. Ich weiß nicht, wann ich was Geileres getrunken habe. Also das schmeckt so geil. Pizza ist da, Scampis ist da. Bisschen Brot kommt auch noch dazu. Guten Appetit. Alles geschafft. Aber ich wäre ja nicht must, wenn es noch ein Nachtisch gibt. Da hat ein Schiff angelegt. Da oben kann man sich draufsetzen. Da ist der Platz vor Rückenburg. Den ganzen Weg umsonst runtergelatzt, weil kein Wunder, dass da oben keiner drauf sitzt, weil da oben ist gesperrt. Jetzt kommen wir mal zur wichtigsten Frage. Natürlich ist es ein Urlaub. Ich besuche meinen Bruder. Aber aber auch, ich saß einfach gerade raus, ich gucke mir hier auf Madeira ein paar Immobilien an. Also ich bin, ich bin am gucken, ob ich mir hier eventuell eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus kaufe, wo ich dann öfter da sein werde. Alleine weil, und das ist das Allergeilste, ich habe hier keine Allergie. Das heißt, ich bin hier nicht gesundheitlich eingeschränkt. Ich habe keine Atemprobleme. Ich habe kein Heuschnupfen. Ich habe kein Augentränen. Ich habe gar nichts davon. Und ich habe hier einfach so viel mehr Lebensqualität und einen leichten Sonnenbrand. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ob ich gegebenenfalls von der gesamten Allergiezeit von Anfang März bis Anfang September einfach hier auf Madeira bin. Und dann den Rest der Zeit eventuell in Deutschland oder vielleicht auch ein bisschen länger hier. Weil ich mit der Allergie, ich habe alles durch. Ich habe Sensibilisierung durch, Spritzen durch. Ich habe alles probiert und nichts hat richtig geholfen. Und das wäre ein Ausweg. Micky ist heute zu spät gekommen zum Stream, weil er hat einen Schlafi gemacht. Er ist eine Möde Maus. Mit so einer Uhr sehe ich Rohat. Ich habe gerade Stream ausgemacht bei Unge. Wir genießen hier jetzt noch die Zeit auf dem Bauernhof. Wir werden jetzt gleich noch grillen. Und ich wollte euch hier auch für die Zuschauer, die den Bauernhof nicht kennen, ein bisschen mitnehmen und zeige euch so ein paar Eindrücke und Highlights. Das ist hier so ein kompletter Wald drum herum. Und hier auf dieser Fläche, was hier frei ist, da oben geht es noch weiter, wird Unge sein Haus bauen. Und dann hat er quasi diesen Blick in den Horizont für sich. Boah, die Treppen waren anstrengend. Das ist ganz schön hoch hier. Das geht da hinten noch rein. Das ist quasi der gesamte Wald. Oben, das ist alles seins. Das ist schon sehr stark. Ich musste kurz mit einem fixen. So, hier wird gerade vorbereitet. Alles für die Burger. Und das krasseste auf Madeira mit ist halt einfach, also für mich hier zum Beispiel ist Highlight einfach die Zwiebeln. Die Zwiebeln haben so eine krasse Qualität. Die sind so intensiv. Zehnmal heftiger als in Deutschland. Ich futter die ganze Zeit so Zwiebeln und sowas. Das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Moin Moin, meine aktiven Freunde. Heute mit dabei. Der Park. und zwar hier in madeira auf madeira gibt es immer so richtig nice parks manche sind eher so tropisch angelehnt und richtig schön viele grüne parks so innen drin in der stadt ist sympathisch das feier ich richtig gern weil ich auch jemand bin der gerne spazieren geht heute gucke ich mir auch wieder eine wohnung an gleichzeitig bin ich dann später noch mal im hotel wahrscheinlich wieder in den spa heute ist der letzte tag im hotel und ab morgen bin ich nämlich in der wohnung von simon dann mal schauen wie lange ich hier noch bleibe das hier ist der park und da sie schon die bank die ist für mich wie gemacht ich weiß beim besten will nicht was das alles für flecken sind aber sie sind da so hier 700 erzählt dass auf den meisten wohnungen obendrauf halt immer so ein pool drauf ist gut aus wie w w w w w w w w w Vielen Dank. Vielen Dank.